hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin euch hier auf die artikel und heute wieder spiel wasch war ja dauer die fans td viel spaß ok und da sind wir schon wieder ja da ist mein einer account supi supi ups ups so schnell gedrückt abgestürzt shit aber das war ein account ich habe ihn wieder den einen account so bei vielen ja nur kurz laden und dann geht's los ok summen summen shit summen summen ok meine tägliche quest ist es einmal eine werbung anzuschauen verfügen über 550 mana auf einem mal in einem kampf ja egal wir gehen direkt zum kampf rein waren einmal pvp schauen einfach wer der bessere ist ganz einfach zack 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 ich habe mich sortiert ich habe einfach alles so gelassen wie es war und wir spielen einfach chaos unsere gegner ist der chaos ich glaube da verwechselte mal die dinge ins 1 2 3 4 5 alle da 2 3 5 – 5 5 8 7 7 8 8 9 10 12 11 11 gleich habe ich vor noch drei stück er ist ja gleich schon daumen und ich gewinne zwei gewonnen sie obwohl er besser ist als ich normalerweise dann hat er pech gehabt sammeln weiter weiter so dass wir jetzt die runde pvp hier habe ich etwas einzusammeln und hier habe ich auch etwas einzusammeln oh das ist gut das ist gut ich glaube ich kann einen kämpfer aufleveln also wie ging das nochmal ging das noch da fast na Okay, genau. Aufwerten. Hm, nur einmal. Egal, reicht. Und hier aufwerten. Level 5. Nice. So, ich habe hier einmal Level 5. 4, 6, 7, 6, 5. Ah, Schmiede. Hm, habe ich schon. Dann schauen wir nochmal bei den Einheiten. 5, 7, 6, 6 sind 4. Kann ich noch eine mehr nehmen? Lassen wir einfach den, ne? Den Bogenschützen auf Level 4. Bei dem mit der Zwille. Den Bogenschützen. Info. Der macht Schatten. Angriff Intervall 0,6 macht 84 bis 10. Äh, 84 plus 10 Schaden. Boah, das wird dadurch viel besser. Ausbilden. Ja, jetzt geht's los. Und jetzt kommt eine Kooperation. Die ersten drei Ebenen habe ich schon fertig. Jetzt kommt die dritte Ebene. Das ist noch einmal drin. Eingelegentlicher Spieler. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich sieht das richtig gut. Durchatmen. Das schaffe ich. Meditation. Was geht los? Ich. Und hat hier fast die gleichen wie ich? Äh? Warte mal. Ja. Hat genau die gleichen wie ich. LOL. Das ist ja sowas von witzig. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass einer genau die gleichen Einheiten hat wie ich. Er hatte nur einen anderen Reihenfolge. Hier ist er am Prost, Junge. Da ist er. Hier ist der Todesmann. Da ist er. Hier ist der Magier. Da ist er. Hier ist er mit dem Maschinengewehr. Hier ist er. Hier ist er mit der Schroßflinte. Da ist er. Da ist er. Voll witzig. Ich will alle einmal aufleveln. Aha. Ich will alle einmal aufleveln. I'm Der nächste Gegner muss 25 Wellen schaffen. Noch 3. Noch einer. Und, ok, jetzt einmal auf Level. Ok. Hier. Oh Gott, das schaffen wir. Nein, der versteinert die. Das kann er doch nicht machen. Das haben wir verloren. Nein. Nein. Eine Liedlage. Der hat mir schon gemacht als ich. Obwohl ich am Ende gut aufgeholt habe. Ja, egal. Das ist so traurig. Schau mal die Quest an. Einsammeln. Einsammeln. Töte der Binging Boss. Eins. Eins. Haltet 3 Einheit. Mit 3 oder. Ja. Ah ja, weißt du, jetzt gewinne drei Kämpfe in PvP. Ich soll mal kurz gucken, hier kann ich aufwerten, das ist schön, aufwerten, Level 7, wow, rechts, Level 2, Level 4, hab euch nicht 2 sagen. Level 1, Level 2, der wird Level 2, der wird Level 4. Und der wird Level 4, der Eismagier. 6, 7, 7, 5, bei 4 hab ich jetzt ne Größe auch, so, dann könnte ich jetzt auch den hier nehmen. 4, 4, 4, Blitz ist auch gut, aber der ist nicht ganz so gut. Komm, wir nehmen Blitz, mach mal Flächenchart. Oh, da ist ja noch mehr. Oh, und noch mehr. Not Wars. Da ist ein Talent zum Vergeben. Mmh, 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 mmh. Na dann. Komm, immer noch einmal PvP. Okay. Und dann will ich sagen, war es das wirklich? Alle guten Dinge sind drei. Sieht schon mal sehr gut aus. Check's. Das war's. Alles zum schießen. Er will mal schießen, dann... Da, der Dome, der Dome. Unten rein. Der hat schon hier einen Stufe 2 eingeschickt. Der ist zu früh. Der braucht erst noch Level 1er, muss er voll machen. So wie bei mir. Dann hat er keine Chance. Wenn er uns zu früh die umbaut, bringt das nichts. Deswegen, erst einmal alles voll machen. Wichtigst. Nachdem unten alles voll ist, dann kannst du die... ...leute stärker machen auf Level. Und danach kannst du erst... ...die umbauten werden. Auf Stufe 2. Gut, 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 gut. Dann... Das war's. Ich habe gewonnen. So. Lassen. Und jetzt schreibe ich mir mein Ticket ab. Und dann sage ich schon. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes wieder dabei seid. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.